Es wird mal wieder Zeit für so ein Video. Ein Video über die Lage der Nation. Ein Video über die Lage der Community. Also, es hat sich viel getan in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Wir sind ordentlich gewachsen hier. Dankeschön für euren Wahnsinns-Support. Es macht richtig Bock. Es macht richtig Bock. Es kommen sehr viele neue Leute dazu. Es kommen allerdings auch sehr viele neue Angler dazu. Und dadurch entstehen natürlich immer wieder die gleichen Fragen. Immer wieder die gleichen Themen. Immer wieder die gleichen Fragen. Und immer wieder auch Stress in der Nation. Denn, ja, manche sind natürlich auch übelst genervt von immer wieder den gleichen Fragen. Absolut verständlich. Aufgrund dessen brauchen wir einfach so eine Handvoll Regeln. Es geht einfach nicht ohne. Und das Sinnvollste ist einfach, wenn man sich untereinander einig ist. Man hat ein paar Regeln. Man hat natürlich auch ein paar Vorgaben. Und dann hält man sich im Idealfall da dran. Und alle kommen miteinander gut klar. Denn es ist einfach übersichtlicher. Bei der großen Anzahl der Leute, der Angler und der User in den verschiedenen Bereichen. Wir haben natürlich hier zum einen den YouTube-Kanal. Und ich denke, viele von euch sind auch hier rüber auch auf den Twitch-Kanal bzw. über den Discord-Kanal aufmerksam geworden. Ja, der YouTube-Kanal hat natürlich nicht nur die tolle Funktion, dass er jede Menge Spots und Videos und Tipps und Tricks beinhaltet. Der YouTube-Kanal hat tatsächlich eine Suchfunktion in sich. Und wer es noch nicht gewusst hat und sich denkt, Alden, ja hier oben, klar, ich kenne natürlich YouTube. Aber auch hier auf dem Kanal könnte man zum Beispiel Sachen eintippen wie Karpfen. Und dann kommen da auf einmal Videos zu Karpfen. Karpfenangeln und so weiter. Oder Montage oder Spinning. Oder nehmen wir mal Belaya zum Beispiel. Keine Ahnung, wie man am Belaya angelt. Und zack, hat man hier jede Menge Infos, was man alles am Belaya machen kann. Leck mich fett. Ohne Ende. Also auch hier diese Quelle quasi nutzen. Denn es kommen so viele Fragen, die zu 90% mindestens in Videos schon alle beantwortet sind. Und es ist wirklich easy. Klick einfach hier auf die Suche. Und es gibt eine ganze Serie zum Beispiel mit Quick-Tip. Wenn ihr euch nicht sicher seid, Alden, zu den ganzen Basics Quick-Tip. Zu jedem Schnickschnack sozusagen. Eine ganze Quick-Tip-Serie. Ja, wie gesagt, zu den ganzen Basics. Also diese Suchfunktion super wichtig. Einfach mal nutzen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer wieder gerne eure Fragen unter die aktuellen Videos stellen. Einfach reinhacken. Easy. Ich schaue da natürlich auch regelmäßig rein und beantworte das. Was natürlich besser ist und leichter ist, wenn ihr die Fragen im Discord beantwortet. So, wenn wir jetzt einfach mal hier auf das nächstbeste Video gehen, dann klickt man einfach mal hier unten drunter auf den Link und dann kommt man ins Discord. Und auch Discord ist kein Mysterium. Discord ist sogar relativ easy. Man kann sich natürlich das Ding runterladen. Macht vielleicht Sinn. Ist auch nicht so super gefährlich. Und es ist auch nicht so super tricky. Und man muss auch nicht irgendwie seine Kontodaten verbinden. Also manche Boomer haben da ja ein bisschen auch Angst. Und das ist ja gefährlich, wenn man sich was runterlädt auf seinen Computer. Ne, es ist einfach relativ simpel. Ihr müsst es nicht. Man kann das auch über den Browser hier einfach anklicken und nutzen. Aber das Runterladen des Discords ist schon, macht es auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Man nutzt das hier. Man tippt hier einfach irgendwie einen Namen ein. Nutzerbedingungen natürlich eben. Akzeptieren. Weiterklicken. Und dann geht das schon los. Joa, ich bin nahezu ein Mensch. Klicken Sie hier auf die Autos, dass man auch erkennt, dass Sie ein Mensch sind. Ich hoffe, das war es jetzt alles. Okay, klicken Sie auf die Feuerwehr. Ich glaube, ich habe mich da irgendwo verklickt. Nächstes Ding und dann geht es schon weiter. So, und dann ist man da schon drin. Gibt dann hier noch irgendwelche Sachen ein, die auch nicht unbedingt super wichtig sind. Keine Ahnung. Denkt dir was aus. Lübterlachs. So, und dann hat man hier natürlich nochmal die Möglichkeit, sich dann wirklich anzumelden. Das heißt, ihr gebt hier die Adresse ein, die E-Mail-Adresse ein und das Passwort. Und schon ist man dann quasi hier drin im Discord. Jetzt kommt es aber noch dazu. Man sieht noch nicht wirklich viel. Ihr habt hier unten zwar die Meldung stehen. Jau, alten Wemser, du bist ja jetzt drin. 2000, ja fast. Wir gehen auf die 2400 Member. Dann geht es aber dahin, dass man hier in den Regeln noch eben die Regeln sich vielleicht mal durchliest. Da sind so ein paar Basics drin. Und dann muss man aber hier unten neben den Regeln auch noch den Knopf drücken. Einen Daumen da lassen. Draufdrücken. Regeln bestätigt. Jawollski. Und dann hat man eben auch Zugang zu den verschiedenen Spots. Wir haben im Discord hier für jedes Gewässer einen eigenen Channel. Das heißt, jeder, der was fängt und sagt, boah, Alter, hier die Stelle läuft sensationell, kann hier gerne auch was posten. Dazu gibt es eine kleine Vorgabe. Ungefähr in diesem Style wäre es halt sehr nett. Denn auch da ist es wichtig, dass es übersichtlich bleibt. Das heißt, wir brauchen halt Information. Was hat man davon, wenn man da was reinpostet? Alter, mein Kescher, der sah so geil aus, Alter. Den poste ich da jetzt mal rein. Schön. Glückwunsch zu diesem tollen Kescher. Aber keiner hat die Information, wo gefangen, an welcher Stelle, in welche Wurfrichtung vielleicht sogar noch. Bei welchem Wetter ist natürlich noch interessant. Welche Montage, wie dick war das Vorfach und so weiter und so weiter. Es sind so viele Informationen, die eben wichtig sind und die man eben mit ein paar Bildern, einfach auch sehr gut erklären kann. Bilder, bisschen Text dazu und schon glüppt das Ganze. Hier einfach so ein paar Basics. Wie gesagt, die Info dazu, das Set dazu. Gerne natürlich auch den Kescher dazu, damit man sieht, ich habe nicht nur einmal den Aal gefangen und sage, hurra, der Spot läuft. Sondern ich habe mehrere Aale gefangen und das ist wirklich ein Spot. Wofür ist so ein Discord noch nützlich? So ein Discord ist nützlich, denn wir haben da natürlich viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, im Discord einen Hilfe- und Tipps-Channel zu nutzen. In-Game, in unserem geliebten und gleichzeitig auch gehassten RF4, befindet sich ein kleiner Chat. Dieses räudige Stück Chat-Kunstwerk ist so dermaßen schlecht, dass es einfach keinen Spaß macht, darin zu schreiben. Und dazu kommt, in dem großen, mittlerweile schon sehr großen Feierabend-Chat, in diesem Kanal in-Game, mit 550 plus an Usern, leckt das Ganze, es wird nichts angezeigt und so weiter. Es kommt regelmäßig zu Missverständnissen und es passiert regelmäßig, dass das im Chat mit diesem paar wenigen Zeichen auch noch eskaliert. Heißt also, eine Bitte an euch, nutzt nicht diesen bescheidenen Chat, um euch Fragen zu stellen, die auch noch irgendwie komplexe Antworten benötigen. Das heißt also, wenn ihr eine Frage habt, rein hier, Hilfe-Channel, Hilfe und Tipps, Alden, welche Angelrute kaufe ich mir, Alden, welche Schnur verwende ich für meine Alpha? Aber es kommen immer wieder die gleichen Fragen. Man kann natürlich auch hier eine Suchfunktion nutzen und dann mal nach solchen Sachen suchen. Könnte man auch, weil diese Fragen, wie gesagt, sind schon alle gestellt worden. Also, ganz große Bitte, nutzt nicht diesen verdammten In-Game-Chat. Es gibt immer wieder nur Stress und es kann nicht sein, dass wir den Chat irgendwann zumachen müssen, weil es einfach so viele Missverständnisse gibt. Noch ein Punkt wegen den Missverständnissen. Herrlich ironisch und Sarkasmus und weiß der Geier was, kann man in den wenigen Zeichen nicht gut kommunizieren. Also, auf gut Deutsch, einfach mal die Fresse halten, wenn man denkt, man will einen lustigen Satz loswerden. Dann einfach mal nicht machen, denn du weißt nicht, wie dein Gegenüber gerade drauf ist, hat er vielleicht gerade Stress, will noch ein bisschen zocken nach Feierabend, hat vielleicht den ganzen Tag nur Theater gehabt, die Kinder, die Frau im Nacken, weiß der Geier was, will einfach nur mal in Ruhe zocken und dann kommt da der Nächste, der einen ganz geilen Tag hatte, einfach funny unterwegs war und der denkt sich so, ah, geil, Alden, wo fange ich den Fisch ja im Wasser? Ja, einfach mal nicht schreiben. Ist auch nicht so schlimm, wenn man mal nicht schreibt. Macht euch, so wie hier, da treffen sich gerade ein paar in der Angelhütte, ein ganzer Haufen hat sich hier zusammengehockt, die schnacken miteinander, die haben Spaß miteinander, in der Stimme kann man viel besser modulieren und da kann man auch mal rüberbringen, ob das irgendwie eher lustig gemeint ist oder ob man denkt, halt doch die Fresse, die Fische sind im Wasser. Ja, so viel eigentlich dazu, das heißt, die Möglichkeiten bitte einfach nutzen. Wenn ihr auf den Discord kommt, gerne rein da, hier wird richtig gut geholfen, es kommen sehr, sehr viele Informationen hier zusammen, macht richtig Bock, nutzt diesen Kanal. Ich sehe, da wurde schon wieder was reingeschrieben, auch ich schaue da quasi stündlich rein. Reingucken, Fragen stellen, gucken, wer kann dir helfen und dann natürlich auch gucken, wenn da so eine Hilfe kommt, von wem kommt vielleicht die Hilfe? Ist das ein Lobob mit Level 12, der sagt, ja Alter, ich bin der Meinung, das ist so und so. So eine Meinung ist halt auch nur wertvoll, wenn sie mit irgendwelchen Fakten hinterlegt sind. Wir müssen im Jahr 2022 nicht mehr auf Meinungen vertrauen, wir haben Informationen. Es gibt das Internet, es gibt Leute, die sich auskennen, es gibt das Game, was auch ganz fantastische Q&As bietet, auch im Forum, also auch da im Forum von RF4 einfach mal reingehen und gucken. Und da gibt es Guides auch zu dem gesamten Game, es ist so gut wie alles erklärt. Also rein da, wenn ihr Fragen habt, gerne die Fragen stellen, die Fragen werden immer gerne beantwortet. Haltet euch so ein bisschen an die paar Regeln, das ist alles gar nicht so schlimm und nutzt diesen verdammten Ingame-Chat nicht. Und ich glaube, dann können wir in Zukunft noch richtig schöne Brocken rausziehen. Gucken wir mal, wann sich das verbessert mit dem Ingame-Chat. Die Jungs von RF4 arbeiten da natürlich auch hart dran. Das heißt, auch in Zukunft wird sich das bestimmt verbessern. Petri weiterhin, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder hier im nächsten Video auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.